wow das richtig schiff ach du scheiße seit wann sind die dann mit dem schiff sogar unterwegs ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von the legend of the tears of the kingdom part 62 aber letztes mal haben wir hier wieder einen schreien geschafft und wir haben einen interessanten steckspiel da ein baustein spiel konstruktionsspiel auch genannt war sehr interessant und ja und einfacher als gedacht eigentlich also ja gut egal hier geht es jetzt auf jeden fall weiter der ist so ein kopf ist ich das erstmal hier hat jemand auf jeden fall hilfe angemeldet also wir sollen hier irgendwelche monster mal wieder schlagen die sollen dort bei dem baum sein also wenn man von dort nach unten guckt sind sie wohl zu finden und dann war die quest erledigt aber jetzt auch wieder ein kopf der ist seinen freunden möchte gut dass wir unser pferd haben endlich steht da ein schild was für ein schild willkommen stell von ostakala der heimat des pferd gotts aber ich erzähle dir nichts vom pferd hahaha falls du ein problem mit einem pferden haben solltest hol doch den rat des pferd gotts mal und einen den kann ich dir leider eher weniger helfen denn ja siehst du nicht aus wie so ein pferd wenn du den fahrt dort hinter dem steil denn das kannst du ihnen gar nicht verfehlen ach der ist da schon okay so ich muss wieder an die arbeit schließlich will ich noch ein paar unserer ganz besonderen klöße verkaufen klöße bis später ok der im kleinen tipp für uns so er braucht er möchte seinem freund mal sehen wo der ist also da waren wir schon in dem tunnel also den brunnen ok mal sehen was er für eine quest hat oder sie ja sie kabi nanu da hast du aber eine ganz schön ungewöhnliche waffe hast du die vielleicht selbst gebastelt ja ist von mir echt weißt du ich baue auch waffen als verschiedenen sachen ich will mal die stärkste vor aller zeiten bauen weißt du was leunen sind diese riesengroßen rabiaten ungetüme leunen sind übermächtige kreaturen mit dem körper eines pferdes hast du schon mal eingesehen es gab so manchen der versuchte auf einem zu reiten dann abgeworfen wurde wie nichts am zugang zur sturmwindkluft oben im nordwesten soll es so ein monstrum sein unwesen treiben leunen sind nicht nur riesig und kraftvoll sondern auch irrsinnig schnell und speien oben dein feuer über weite entfernung damit habe ich schon bekanntschaft gemacht schon beim anblick des leunen oben an der kluft schlotterten mir die beine und ich konnte nur um mein leben laufen aber weißt du wenn ich nur das horn eines leunen hätte dann könnte ich damit die stärkste waffe der welt bauen ganz problemlos ich schwörs nur so kampftauglich wie im moment bin oder so ein leunen aus mir doch schaschlik machen egal dann baue ich die stärkste war für ihn vielleicht nicht selbst aber sehen will ich sie trotzdem falls sie mir irgendwer zeigen würde dann würde ich auch eine stattliche belohnung bringen lassen stärkste waffe als soll ich die bauen leute oder klo ist gefällt na gut fahren wir erst mal den kleinen gesellen wieder hier was für ein schlamassel ach ja jetzt war er nicht da der rauch ok alles klar die tauren echt immer erst dann auch wenn man mit denen gesprochen hat ja bringe ich hin an gaul blink 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 hier bleibt der gaul endlich aber wir sind schneller bin ich da zu tun jetzt zeit für den komischen kapriolen so soweit ist es nicht da kommen relativ schnell hin es sei denn hier sind glädliche monster dazwischen ah ok hier ist das zu abschüssig für den gaul da wird er streiken ja diese gegner sind ja da sind ich noch mal ein pferd erwerben ja ich glaube ja weiß wer früchte wasserfrüchte die nehme ich mit nein ich will nicht mit dem quatschen nein 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 es macht mich instant döver sei ruhig ich will aufsteigen ja ok egal komm so interessant ist aber erst mal holen wir uns die beiden kochsamen ab auch viel süßes ich freue in die kleinen gesellen seid ihr essbar weg weg der schießt sehr gut das sind scharf schütze ab zurück zum stall schnell so schnell aus durch die streifen aber es ist leider nicht wirklich du schummelst du machst dich schneller als du bist deine komischen geschwindigkeitsstreifen gut im vergleich zu link ist es schnell will ich ja gar nicht mal abtun so ok also leute jetzt haben wir mehrere kampfmissionen gegen leuten müssen wir kämpfen und gegen die monster ja aber erstmal die monster sind einfach oh was haben wir denn da das sieht ja interessant aus das gucke ich mir auch noch mal näher an da ist ein komischer steinkreis da stonehenge mal wieder den entscheidenden klubte gab es auch schon vorher ne das war soweit wartet nicht auch hier in dieser gegend genau na los greif an nein das sind ja zwei sogar sind es die monster die das sind nicht die monster die ich denke mich in eine falle locken oder diese frau ne den muss ich anders behaken den musik ja jetzt sind wir auch schaden immerhin wir kommen wir kommen trotzdem die öpfel aha den haben wir sport exe war auch drin da nehmen wir noch ein bisschen holz ich glaube er kann mit seiner stoßwaffe auch nichts ausrichten gegen den baum weil zieht er jetzt mal die akku auf sich ja ja da müssen holz oder war so ein gold dabei sehr schön sehr schön so ist hier noch ein nest das wird schwer regnet immer noch oder schon wieder schon wieder besser gesagt hat ja kurz mal aufgehört zwischendurch so wo sind die piraten gott jetzt sehe ich da ja nicht die sind ja viel zu weit weg ach die da oder was ach du scheiße ne da soll doch eine höhle sein oder so hat die doch gesagt oder also da hinten bestimmt nicht das glaube ich nicht dass du das gemeint hattest was ist denn da für einer warte schon wieder willst du noch ein krog na egal den nehme ich auch gerne mit nochmal sehen wo der uns hinbringen will oder möchte hingebracht werden möchte besser gesagt jo da unten na gut da sind ja die piraten scheinbar denn hier sind keine also gut okay das wissen wir jetzt ich kann nochmal nochmal gehen oh gott da ist ein riesenbär ob neben der hat auch so ein vieh nein edelwild hätte der aus oder mann dummer gaul da rennst du mir in die quere hier siehst du nicht gerade was ich gegen den bären kämpfen jungen steht der hat ein poppes aus wie sie nicht aus granit oder so bleib doch mal hier muss ja das bären so ängstlich sind scheiße gaul der löst sich doch gleich auf weil ich sag so viele pfeile zerschossen oder verschossen scheiße hat sie aufgelöst okay gut also bären sind hier sehr ängstlich in dem spiel sind sie eigentlich naja gut sonst ist es auch eher scheue tiere bekannt aber ne bleibt doch mal hier warum bist du dann so häufig unterwegs aber es gibt ja auch so ausnahmefälle da greifen sie durchaus menschen an meiner jüngsten vergangenen erlebt das heißt erlebt also erlebt habe ich zum glück nicht man hat es gehört er ist hatte ja durch die presse und dann habe ich auch mal ein bericht gesehen zu dem thema über bären in rumänien aber schon älterer bericht und der war schon über ein jahr oder zwei jahre die haben das schon länger mit bären zu tun so was haben wir denn hier warum ist es ein auffälliger pfeil wo ist denn das bies ja sie dort so geht so schnell wenn er hoch kommt ach so die haben sie jetzt gegenseitig getroffen scheiße leute warum dreht der nicht was macht denn der bleibt in luft stehen wird das was ist denn für quatsch verstehe ich jetzt nicht er müsste nicht zurückfliegen also das habe ich jetzt gar nicht verstanden hat ihn trotzdem getroffen wie geil ist das denn wie geil ist das denn na komm raus das ist erst mal weiter weg sein komisch das muss ich erstmal warten bis die zeit zu ende ist und dann das ding auf ihn fällt verstehe ich nicht das ist ein bisschen sehr komisch verstehe die logik nicht um die zeitumkehr so seltsam funktioniert aber irgendwann spart halt money was ich sagen und das muss man hier auch weil die waffen halten noch weniger aus als in breath of a while das ist nicht wenn man die nicht mit irgendetwas kombiniert so hier zeigt ein pfeil hin zeigt er direkt hier hin ach so oder ist irgendetwas ja quatsch sei hoch hier hin ne kann ich nicht hoch gehen kann ich auch die zeit nicht zurückdrehen was soll nie sein ist hier eine kiste versteckt ein bisschen pfeil greifen ja ich soll nicht zum greifen hm leute was ist hier oben irgendwas nö was soll denn hier sein ist hier irgendwas hier ist vielleicht ein krog ne hier ist mal eine ruine gewesen ja also hier ist noch eine ruine aber hier war mal ein intaktes gebäude so als es noch keine ruine war zeigen wir ihre pfeile da in die richtung ne überschneiden die sich irgendwo das zeigen alle hier hin aber vielleicht sollte ich das fotografieren was kann ich hier noch benutzen nö kann hier nichts zurückdrehen moment da damit kann ich interagieren ach so war ich den stein geworfen hm leute also ich sehe noch nicht den sinn was ich hier machen kann wenn ich machen kann hm 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 vielleicht muss ich das fotografieren einfach nur vielleicht eine quest oder so wer weiß das schon aber es wird hier auch nicht irgendwie besonders aufgeführt ne löschen nö keine ahnung leute also was ich hier machen soll hm 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 es schließt sich mir nicht über den stein wir jetzt anheben hier ich kann ja hier nichts anheben nichts anheben nicht interagieren in irgendeiner form hm müssen wir die tür soll keine ahnung aber gut wo waren jetzt der croc ach da vielleicht sollte das auf den croc hinweisen aber die pfeile zeigen ja in die andere richtung da ist nichts mit dem croc zu tun so ok genie weil denn es kommt das hier wieder zu tun haben wir so eine croc quest und eine piraten quest hier zu bewältigen wenn das die piraten sind die da unten sind ne da muss ich ja auch erstmal hinkommen also haha wie ist die frage obwohl da unten da ist auch irgendwas da so ein croc na gut egal ich mach erstmal die piraten platt wenn wir nichts schaffe ist das wow das richtig schiff ach du scheiße seit wann sind die denn mit dem schiff sogar unterwegs ja na gute nacht haha haha oh gott und exalfus ist ja auch noch wo ist denn der typ der eigentlich nicht angepackt ach man jetzt sehe ich das erstmal dass ich diesen dummen croc nicht angepackt habe und nochmal kommande zurück haha haha hü 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 Hat er sich gelöst unterwegs oder was oder oh die musik hm hm warum ist denn hier die musik so schön also die das thema ne ist das selda thema ist das doch so legend of the other thema ey wo ist das vieh Ich hab den jetzt aus Versehen runtergeschmissen. Ah ne, da ist er noch. Sagst du denn nix? Wenn ich ihn nicht festgepappt habe. Ich dachte, ich hätte es. Aber offensichtlich nicht. Gut. Auf ein neues, komm. Aber das ist vielleicht Piratensinn. Das ist halt eine... Vielleicht eine ausufernde Quest. Wär jetzt gedacht. Mit Piraten. Geil. Kriegen wir denn ein Piratenschiff? Oder ein Schrein? Schalten wir damit ein Schrein frei. Kann doch sein. Ja, ja. Ich weiß. Warum man mir Sorgen um dich, ey? Springst du da eh nicht freiwillig runter? Habe ich gar nichts zu befürchten. Das Pferd ist eh viel zu faul. Oh ne. Gut. Der Blutmond kommt eigentlich gerade wichtig. Weil... Ja, ein bisschen später gekommen, dann wären noch die ganzen Monster wieder am Leben, ne? Sprich die Piratenmonster, ne? Ja. Juhu. Mann, aber bald 60 zusammen. Ja, ich warte erst mal, wisst ihr. Blutmonddings kommt dann. Das wollte ich jetzt nicht. Dann kann ich es nicht überspringen mit der Tasse. Normalerweise. Ja, wir wissen es. Wir wissen es doch, Mädchen. Können wir hier wenigstens ein Boot bauen? Mh, naja. Ja. 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 Naja. Mehr oder weniger, ne? Was ist denn das da? Wir können was bauen, ja. Oh Gott, sind da viele. Ach, da ist aber auch eine Leiter. Oh. Da komme ich relativ easy hin. Aber ich habe kaum noch Herzen. Oh, da ist auch ein Boot. Was von denen? Ein Katamaran oder sowas. Piraten. Piraten-Katamaran. Was sagt die Zeit eigentlich? Ja, wie war das mit Schleichen, ne? Ich glaube, meine Schleichfähigkeiten könnte ich hier ganz gut gebrauchen. Ja, gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Monster-Horde. Wow, die haben eine eigene Lebensleiste sogar. Scheiße. Meine Waffe ist gleich hinüber. Die werfen mit Steinen. Hm. Und? Hat sie ihn getroffen? Doch ein bisschen. Ah, das ist das. Ich verstehe eine. Zeitschaltbombe. Ja, ist genau reingerannt. Uh, der lebt aber immer noch. Ich brauche eine andere Rüstung hier in dem Kampf, glaube ich. Eine, die mich stärker macht. Haha. Ah, wir haben doch hier so eine Angriffskiste. Na, der macht doch irgendwie verstärkte Angriffe. Ah, die sind gleich stark, glaube ich. Was sie machen, bitte. Wie lös ich den Angriff aus, ne? Ach, ne. Funktioniert vielleicht nur da, wo es wirklich heiß ist, ne? Oh, der ist hier gepanzert, hier der Ende. Habe ich irgendwas gepanzertes? Ne. Die Waffen, nein. Ja, Elektro. Hey, da müsste ihm auch in der Rüstung was wehtun. Äh. Scheiße. Offenbar nicht. Leider nicht. Ja, was macht das? Ein bisschen was. Na, das ist nicht viel. Okay. Au. Ach, verdammt, Mann. Sieh, Dorn, was machst du denn da? Solin. Ich nenne dich Solin. Wenn du mir nicht hilfst. Oh, was haben wir hier schönes? Oh, Röst, Schnapper und sowas. Wertvolle, äh, Konsum, Egel. Damit können wir uns hochheilen, ne? Würde ich mal sagen. Richtig? Ja. Bisschen, du mein. Also, meine wertvollen Gerichte, äh, Gerichte nicht verbrauchen. Ja, das macht dann nicht, Mensch. Was ist eine andere Waffe? Die, ja. Oder erst mal die Schwache. Genau, ich will jetzt mal die Rüstung dominieren von dem. So, Junge, jetzt kannst du in das Amt des Walten, hoffe ich mal. Ja, genau so. Au, warum schlägt der durch meinen Schlag hindurch? Wie geht das? Oh, ein Schwert. Hä? Müsst du doch einen Waffensteckplatz frei haben jetzt. Ach so, nee, offenbar nicht. Gut, die Waffe hebegt mir aber dann auf. Da ist das nächste Schiff. Wie kommt ich denn da rüber? Ist da oben noch einer? Eine Takelage oder was? Ne. Da ist keiner. Also, es gibt wirklich mehrere Priaten-Schiffe. Das ist nicht nur eins. Oh, und da ist ein Schrein, Leute. Geil. Dadurch entdeckt hier. Das hätte ich denn nie gefunden. Das ist ja cool. Aber erst mal. Mal die Piratenplatte. Ich hoffe mal, das sind auch die Piraten, die gemeint waren, ne? Die haben eine Steine auf mich hier. Die Schweinebande. Oh, ein sehr guter Ex-Halfo-Bogen. Jo, schmeißen wir den raus. Mal stattdessen den. Wow, das lohnt sich ja auch, gegen die zu kämpfen. So ist es nicht. Endlich lohnt sich das mal, gegen einen Monster zu kämpfen. Dann kriegt er dann doch. Und hier sind Pfeile drin. Komm, jetzt mal ein Pfeilbündel, bitte. Ja. Jetzt, so wollte ich das. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Hier sind mehrere Piraten-Schiffe. Vielleicht drei Piraten-Schiffe mindestens. Ähm. Komm ich hoch. Ach, scheiße. Ist hier noch eine Leiter irgendwo. Ja. Ja. Der jeweil der Monster-Katamaran. Okay, ich stehe hier hoch. Ach, ich komme da ja nicht drüber hinweg. aber ich verstehe ja wo ich erst mal aus der ostauer haben vielleicht ist ja hier auch eine leiter nicht ob ich muss erst mal was bauen damit ich darüber kommen dann oder ich gehe nie quatsch besser blitzen ich gehe auf die taglage rauf und dann genau denn einfach rüber wo ist die leiter scheiße samt weit weg und ich schwimme hier so schnell ich hab ja nicht mehr die rüstung an scheiße ich sterbe okay das war es danke ja so kurz vor knapp ist doch nicht euer ernst wann hat er jetzt gespeichert ich glaube es nicht nein hier hat er gespeichert ort ist nett das ist ein dankespiel muss ich jetzt doch erst mal kürzmann rum und ziehen was soll es ja deutlich schneller ist unterwegs damit er guckt ihr dann ja damit schaffst du dir spielen gleich okay du sagst es moment hier ist doch bestimmt auch gern stein oder andere felder exakt einer nein stabil sind die wo jetzt ein höher na so hoch ist natürlich knick darauf scheiße ich würde gerne mal sonne ja oh gott der hat mich gesehen so gott aktiviert wie das jetzt würde ich mich erst mal heilen kurz rost apfel noch wunderbar gut bringt uns mal ja halt uns vollständig hoch geil okay gib mir mal deine genau das wollte ich und jetzt wieder die rüstung wechseln ja das ist so ein bisschen nervig ne bei hitze feuer angriff aber ansonsten nur zwei naja egal okay die stecken noch keine treffer großartig ein zum glück das ist doch vorher nicht gesehen oder der hat uns nicht gesehen was noch einer irgendwo ist dann lässt von dem schild dabei ja gut dass das ist so ab feiert ist ein großer auch was war das irgendwann hat mich da richtig böse getroffen war aber ich weiß nicht was im spiel ist die kämpfe muss unberechen weil oder oben da schießt er runter okay ich komme ihn da hoch scheiße das war die platte ich will es noch nicht was die gibt es zuerst bekämpfen hier ist oder eine rakete ich sehe schon was er dabei hat versorgen in den jungen in teil können wir sind leider alle explodiert gut dann mal wieder so eine plattform die können wir ganz gut gebrauchen ach so bogentasche ist leider voll oder mache ich die anderen einfach nur halt über die hälfte leben noch da komme ich da so rüber oh gott da sind die meisten würde ich sagen das ist ein großer dabei das sind da oben oder ist eine besondere kiste auch leute ordnet lohnt sich ja wirklich außerordentlich so was haben wir denn hier noch von unseren bogen die pfeile eigentlich pfeile wechseln ach so quatsch die materialien für die pfeile haben wir noch was zum sprengen ja wo sind die denn das ist gescroll immer erwartet macht auch feuer den unter dem hinteren wo lenkt er hin da war kein gegner da hast du genau das tod direkt ich dachte schon er hat nur gemerkt dass es weh tut oh meine angriffskraft es ist gleich wieder schwächer ja die musik zuerst ausstellen erst den dicken so jetzt sind da noch paar kleine dürften sie gewesen sein einer ist da noch der schießt da frei weg aber ich glaube der ist das geringste problem oh gott geht das steil runter nein nicht doch nicht doch warum ist das hier so steil okay ja ich schaff's noch so lecker grillfleisch und ja mir gegrillt oh was ist das blauer boss ach so das ist ich dachte das ist ein vieh ist ein horn von denen wieder ein bostock so weiter boss also weil die so groß sind die halten sich für den boss naja also geht es schneller und waren so wie gesagt haha die piraten heute neuer eintrag wir haben es geschafft denke ich mal können gute nachrichten überbringen oh und als feiler haben wir auch für bekommen jetzt leute oh moment da ist wieder material äh ne nein 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 was machst du nein 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 komm mit der steuerung nicht naja vor aufregung weil ich es geschafft habe haha nein was machst du lass los die kamera spielt ja dann auch immer verrückt ne oder spiel zurück besser gesagt so so die jetzt kannst du mehr abholen die situation ist unter kontrolle oh ja das war wieder ein paket hier ein package ein pfeile package so dann würde ich euch noch natürlich zeigen was ist da in der kiste was ist damit der besonderen kiste auf sich hat ne wo waren die da oben ich glaube ja na jetzt habe ich mehr pfeiler als zuvor ne glaube ich jo wunderbar noch ein package schütteln da liegt auch noch eine rum ja das hat sich mal gelohnt hier ne hier ist nur strau da ist strau hm was erinnert uns das wohl gut klettern wir mal hier hoch ja ok war die euch die seite wen wundert's es regnet schon wieder aber da brennt's wartet feuer brennt nach wie vor hm das ist wohl griechisches feuer und da ist ein schreien ja dann würde ich sagen machen wir erstmal den schreien bevor die guten nachrichten überbringen dass wir die piraten beseitigt haben haha blauer hinox hammer oh wieder eine sehr starke waffe leute ja dann schmeiße ich da draus jo aber ich würde mal sagen leute damit mache ich dann schluss an der stelle dieser folge also denn wir haben immerhin drei piraten schiffe ausgeschaltet habe ich mich gerade ein bisschen versenkt wir kommen sehen also dann bye bye ciao ciao bis zum nächsten mal euer schack lass es euch gut gehen und falls euch die folge gefallen hat bis dahin lasst ein like bis dann 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 bis dann